Wo gehört das Land? Mein Land. Was sagt man dazu? Da kommt unser Kriegsfeld anmarschiert. Es war eine gute Idee, hier zurückzukommen. Jossett, denn das beste, wunderbarste Volk auf Gottes Ehren. Sie haben alle überlistet. Sie bestimmen, wer das Öl bekommt. Dann lässt man gut aussehen, Herr Junge. Magst du Frauen? Das ist meine Schwäche. Wir vermischen diese Familien und das Nachlassvermögen fließt in die richtige Richtung und es kommt zu uns. Shomekasi. So einer bist du. Ich verstehe kein Wort, warum er sich Indianisch fühlt. Guter, schöner Bursche. Ich schee. Warum bist du hergekommen? Wegen meinem Onkel. Hast du Angst vor ihm? Nein, er ist der netteste Mann der Welt. Jossett, Ihre Zeit ist um. Es wird Zeit, dass du dein Haus zurückeroberst. Ich wurde von Washington DC geschickt wegen der Morde hier. Wir haben so viele Tote, wir können sie nicht mehr zählen. Es könnte auch nur... ...Pichse. Auf mich macht das mehr den Eindruck einer Epidemie als nur Pichse. ...Stirbt ein, Osage, durch die Hand des Feindes. Lass ihn nicht alleine sterben. Er ist böse und gibt mein Herz. Wie musst du jetzt zur Seite stehen? Ich weiß nicht einmal mehr, ob du mich noch liebst. Natürlich liebe ich dich. Töte die weißen Männer, die meine Familie getötet haben. Hat er gesagt, vor wem sie am meisten Angst hat? Tu nichts, was du für den Rest deines Lebens bereuen wirst. Ich tue nichts anderes, als zu bereuen.